Habt ihr Bock die Kamera zu sehen? Yeah man! Die neue... Ich muss immer auf die Blende gucken wie sie heißt. Eine Samsung HMX Q2.0. So sieht sie aus. Du 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 du. So jetzt werde ich ein bisschen mit dem Spiegel tricksen. Damit man sie von allen Seiten sieht. Das ist alles... Oh guck mal ich bin so cool. Yeah. Ja man. Okay. Das ist die Kamera. Mr. Camera. Wenn ich diese Oberstimme mache. Hab ich einen dämlichen Gesichtsausdruck. Aber man kein Problem. Nö. Kein Problem. Und ja es ist meine Zeit. Deine Mutter macht jetzt die B*** breit. Denn ich f*** diese Sch*** nur zum Zeitvertreib. Nein man.